Musik Herzlich willkommen zu den Gedanken zum Advent, heute am 24.12. an Heiligabend. Die letzte dieser kleinen Andachten in diesem Jahr. In Zacharia 9, Vers 10 steht die Tageslosung. Er wird Frieden gebieten den Völkern. Und dazu, wer hat es gedacht, ein Vers aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 14. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Gesang der Engel aus der Weihnachtsgeschichte. Heute ist Heiligabend. Wir feiern die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Wir gehen hier in der Michaelskirche in den Gottesdienst, in den Familiengottesdienst am Nachmittag und dann in die Christfesper am Abend und natürlich auch in Bressat, in die Altöttingkapelle. Es wird gefeiert, Weihnachten, die Geburt Jesu. Er wird Frieden gebieten den Völkern. Eine der zentralen Botschaften aus der Weihnachtsgeschichte und eine der zentralen christlichen Botschaften überhaupt. Gott bringt Frieden. Er gebietet Frieden. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser in diesen Tagen, wo der Krieg in der Ukraine ja nach wie vor nicht vorbei ist, sondern es wird gekämpft, sicherlich auch jetzt an Weihnachten. Eine schlimme Vorstellung. Und da wäre es doch ganz toll, wenn es einfach von oben mal dreinschlagen würde und heißen würde, jetzt aber Frieden. Ganz so einfach ist es wohl doch nicht. Gott gebietet Frieden, aber die Menschen halten keinen Frieden. Und da ist es gut, dass wir uns immer wieder neu an das Kind in der Krippe erinnern, das eben diesen Frieden in unsere Welt gebracht hat. Lassen wir uns inspirieren von Weihnachten. Und selbst wenn der Weihnachtsbaum schon wieder abgebaut ist und der Adventskranz weg und die Krippe eingemoddet, dann nehmen wir diese Botschaft mit in unseren Alltag. Denn da muss sich das bewähren, was an Weihnachten passiert. Dass Friede auf Erden ist und den Menschen ein Wohlgefallen. Und zwar allen Menschen. Darum geht es doch. Und das ist auch das, was Gott will. Deswegen hat er sein Kind in diese Welt geschickt. Dass Friede ist auf Erden und alle Menschen miteinander gut leben können. Nein, allen Menschen ein Wohlgefallen oder den Menschen seines Wohlgefallens. Nein, ich glaube immer, dass es allen Menschen ein Wohlgefallen heißen sollte. Wir brauchen das Kind in der Krippe, damit Friede wird auf dieser Welt. Und diesen Frieden wünsche ich Ihnen und Euch allen jetzt zu Weihnachten und für euer ganzes Leben. Gott befohlen, bleibt gesund und ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten. Entweder live hier in der Michaelskirche oder vielleicht auch am Livestream über unseren YouTube-Kanal. Eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.